Hey Kinder, was geht bei euch? Willkommen zum heutigen CSGO-Matchmaking auf Drain. Exotisch, ja. Hallo Team. Hallo. Ich gehe, ich gehe Connector. Okay, ich gehe. Ja, der Downrank ist da. Im letzten Highgame haben wir es halt geschafft und schon wieder verloren. Der Downrank ist 100%. Ja, der Downrank ist drin, da ist er. Und jetzt sind wir unten auf Lämm angekommen. Das bedeutet, ich werde meine Drogen warm machen und in den Highgames im Stream jetzt ausschließlich Faceit spielen. Oh, ich war komplett durch. Oh, 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 oh. Mensch, komm, komm, mach, 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 schade. Oh, oh, oh. Unter Vollbeschuss. Shit. Ja, genau. Und die Lowgames werden aber nach wie vor auf dem 2. Account Matchmaking geschehen. Dann pushen wir jetzt mal hin. Schön, schalte die ab. Für die Kills, ne? Komm, komm, doch, ist er. Sorry, mate. Ich wollte rein. Ich habe ihn jetzt kurz geblockt, aber er hat kein Leben verloren. Alle schießen. Alle schießen daneben. Fuck. Komm, geht drauf und dann grafen wir mal. Na also. Oh, Beastmaster 60V. Wir haben Beastmaster 60V im Deck der Team. Shit. Bubbler, wie immer im Carrying. Ja, ich sitze halt auch Lämm, ne? Bisschen wie Silber. I'm flashing. Boah, er flasht zurück. Frech. Hup. Oh. Nein, 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 nein. Open here. Das passiert mir so oft, dass ich in den Choke gerade und so rumkackt, dann aber auch nicht weglaufe, um mich wieder kurz zu sammeln. Um mich zu nullen, wenn möglich, ne? Die Flasch sind ja im Hammer von unten, ey. Verdammt. Er ist ja noch allein, Alter. So eine zeitliche, eine dumme Überschneidung. Behind, Ivy. Oh Gott, schnell, du musst ihn killen, bevor... Nice. Jetzt könnt ihr euch zeigen lassen. Ah, ich würde mir nicht zeigen. Er hat eine AWP. Er riskiert. Er will... Er hat einen Scout. Er will unbedingt sterben. Es klang gerade so voll und satt wie eine AWP. Ich meine, vom Rank her ist, wenn wir es ja nicht so wie andere Ranks, die dann halt, ne, wo irgendein Scheiß gemacht wird. Der wird ja schon so ein bisschen mit überlegt gespielt, so. Er schleicht jetzt ganz gemütlich von hinten. Genau. Da ist sie. Oh. Maybe Oil? Ja, ja, ist Oil. Nice. Für den Plan, ohne dass man eine Leiter gehört hat und Orange ihn oben sieht, war das schon ziemlich auf den Weg, ich glaube. Well, I said I hold main from green train. Ich habe eine AWP. Habe ich die eben... Habe ich die eben selbst gekauft? Hat der mir die zugeworfen oder was? Ich habe eben komplett brainer-auftrag gekauft, ne? Scheinbar das Richtige. Er ist an den Regeln. Und er riskiert die ganze Zeit. BASK OF THE BASK! So steht er da. Nein, wir müssen hier wirklich direkt Druck machen als CT, weil als T könnte es dann natürlich zu Schwierigkeiten kommen. Geht es? Geht es? Geht es! Geht es! Geht es! Geht es! Ja, wir sind hier in meiner Position. Ja, wir sind 3.2 Minuten. Was ist, was ist los? Popduck Guten Morgen Popduck Ähm, ähm, haben wir hier einen Dingsgram, oder was? Ich meine, er hat natürlich recht, ich... Ich will das... Ich will natürlich, dass hier gescheit gespielt wird und wir möglicherweise... Ähm, bitte hört auf an dem Scheiß. Dass wir möglicherweise gewinnen, das ist klar. Aber man muss doch nicht so grießgrämig sein. Wo ist denn der jetzt? Wer ist da so bockig? Wie kann man nur in der vierten, fünften, sechsten Runde so rupimmeln? Und der andere stachelt dieser Bauern noch an zusätzlich, ne? Der steht 100 pro direkt auf der Seite. Smoking Heaven, Flushing Heaven. Oh, ist los, ist los! Das ist halt echt. Oh, ist halt komplett dumm mit so einem... Mit welcher auf Schiffsfahrt zu gehen und so einem schönen... So einer schönen Holz, äh, Ding, ja? Und die zünden das Boot währenddessen an. Also einfach Metale zünden. Ganz besonders toll. Und wir haben ja... Die Slow HP. Ja! Leute! Kommt! Kreist euch bitte zusammen. Keine schlechte Ultralaune. Einfach nur stabil... ...spielen. Ohne sich komplett über irgendeinen Scheiß aufzuregen, der eh keinen Bestand hat. Aber auch heute wieder so dumm, ne? Ey! Kann sowas eigentlich wahr sein? Nein! Dass ich diese kleine Muschel beim ersten Mal dich treffe. Doppelt eingezoomt auf seinen Körper. Heute ist echt kein guter Tag. Und dann haben sich natürlich auch die Mates angefangen, ne? Zu überpimmeln. Also, es ist wirklich schlimm. Was sie sich denken, wenn sie anfangen zu spielen. Komm, ich geh jetzt mal in den Spielen und fuck die Leute da richtig ab. Bäh! I'm legally bleh! Wahoo! Arby Petrus. Hier, one is stepping in front of B. Nice. The other one is catwalk B. No, he's fallen back. Okay. So geht das. Wenn die Bappler auskommt. Was ist das? Another one on Ivy. With the op. Nicht reingucken. Nicht pecken. Right side still. Danke für den Bait, mate. Hat er den angesagt, hatte ich dann reingepickt, als er gesprungen ist. Boah! Die ist neigepämmert. Sie, 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 blub, 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 sie, sie, sie. So, 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 blub, 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 so, so, so. Na, also, jetzt seien sie sich komplett runtergefahren zu haben, die Jungs, oder? Jetzt hat keiner mehr geschwimmt die letzten drei Runden. Obwohl wir eine davon verloren haben, ne? Nein, er tuckt sich die Sauen. Oh Gott! One is through. Kommt da. Nice, einen durch die Smoke geholt. Easy. Easy. Lemon. Gut, dass der einen durch die Smoke gefallen ist. I can drop. I can drop and fall. Biet ich ihn, biet ich ihn. Ich, ich, ist der Superstar, der, äh, der so rumgepimmelt hat vorhin. Ne. Er klang wie so'n, etwas älterer schon. Und der eine gerade eben wie so'n, welch mach'n, welch mach'n, welch, 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 welch. Oh mein Gott, warum drück' ich ihm denn nicht den Headshot rein, ne, also? Und der Sunzi kommt jetzt von hinten. Die Sunzi vielleicht der, äh, die Heususe, die sich vorhin so aufgeregt hat. Kann das sein. Oh. Ellie, go. Ellie, go. Ellie, go. Das wird ein easy way. Okay, okay, okay. Da kann man doch noch locker vorbeispringen, da, ha? Um Gottes Willen. Oh, 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 das sieht schlecht aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ähm, na gut, aber jetzt können wir tauchen, komm. Jetzt wendet sich das Blatt. Ergepappt hat. I'm done. Another one, another one. Nice. Oh, nein. Wer ist gegangen? Aber einer vor die Feinden? Hehehe. Hehehehe. Hehehe. Nein. Was, ich riech ihn, nimm wie Nate und dann kommt er. Das hat er sich meine Waffe einfach...bereit halt, um die Fresse zu ballern. No, no, no. Oh, na ja. Oh, na ja. Oh, oh, na ja. natürlich schon sweet direkt meine winnein zu fahren auch wenn der jetzt punktemäßig mit 25 sehr schwach ausfällt aber es kann auch jederzeit passieren dass ich die jungs wieder die haare kriegen und dann ist es rum mit der übertäterei nein da ist noch eine aufstehen beine kurz überschlagen ich habe die ganze zeit so ultra bequem da das kann doch nicht reingehen wie hockt ihr da wenn ihr spielt leute ist hier eher angestrengt oder voll gechillt sich eingesackt oder wie sitzt ihr da wie so ein sack gut ich gerade hinsetzen stabil hinsetzen für stabile aktion also bis mars 65 ist am führen so wie unser carry boy auch alles weg die machen alles ist nicht gerade die beste eigenleistung aber wie immer feier starte das habe ich eigentlich jedes mal oder trifecta der triple code gut auf lemme ist es halt auch seit lemme da ich weiß nicht welcher der peter weiß kann ich keine geben das war das kind dem kann man auf jeden fall geben der ist glaube ich der peter der sich so aufgeregt hat ich glaube sie ist es so leute der weg zum supreme geht wieder voran mit 25 punkten bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal